Ich muss gestehen, Star Trek war nie mein Lieblings-Sci-Fi-Universum. Ich bin da eher in Richtung Warhammer 40k unterwegs. Aber so geht es natürlich nicht allen so und das ist auch gut so. Die Anhängerschaft muss natürlich auch mit Videospielen versorgt werden. Damals gab es auch so einige Spiele im Gegensatz zu heute. Wie schlägt sich diese Umsetzung für den Gameboy? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Star Trek für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Visual Concepts entwickelt und 1992 von Pelcom veröffentlicht. In den USA erschien es im selben Jahr und wurde logischerweise von Ultra veröffentlicht. Japan ging dabei leer aus. Okay, Star Trek. Wie erwähnt bin ich kein Experte was die Serie angeht, aber natürlich weiß ich das Übliche. Die gute Enterprise erforscht das große Weltall und versucht Frieden und Wohlstand für alle zu verbreiten. Wie wurde das nun als Videospiel für den Gameboy umgesetzt? Ihr startet erst einmal auf einer Übersichtskarte. Das ist euer Level. Dort steuert ihr die Enterprise und müsst zum Ende der Karte gelangen. Problem ist dabei jedoch, dass natürlich so einige Hindernisse auf euch lauern. Das können entweder Asteroidenfelder sein, eine gegnerische Armada oder etwas Kurioses, eine Weltraumarmöbe. Ihr könnt euer Schiff relativ frei navigieren und Ziel ist es immer, den Planet am Ende der Karte zu erreichen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso nur relativ frei? Ihr könnt die Enterprise nicht einfach steuern, da sie immer ein gewisses Momentum hat und so nicht ganz scharfe Kurven fliegen kann. Egal auf was ihr trefft, ihr kommt in einen getrennten Bildschirm und es beginnt das eigentliche Spiel. Hier ist es ein seitliches Shoot-Im-Up. Ihr steuert die Enterprise von links nach rechts und je nach Art des Feldes auf der Karte habt ihr hier verschiedene Herausforderungen zu meistern. Ihr könnt aber schießen und wie weit es noch ist, seht ihr am unteren Bildschirmrand. Im Asteroidenfeld müsst ihr logischerweise dann Gesteinsbrocken ausweichen oder sie zerstören. Bei einer feindlichen Armada wird es actionreicher und ihr bekämpft wie bei A-Type oder ähnlichen die einzelnen Schiffe. Besonders hat mir die Weltraum am Möbel gefallen. Hier ist alles in eine Art Schleim eingehüllt, das euch bei eurer Bewegung behindert und so weiter. Die Abschiede können von der Qualität her jetzt nicht unbedingt mit den Genregrößen mithalten, aber sind solide gestaltet. Erwartet Heels nur kein Actionfeuerwerk mit Upgrades und so weiter. Am Ende eines E-Nevels, also am Ende der Karte, erwartet euch ein Planet, auf dem ihr eine bestimmte Aufgabe lösen müsst. Ihr werdet dann hier ganz klassisch runtergebeamt und werdet dann mit einem anderen Spielkonzept konfrontiert, den Boden-Missionen. Hier steuert ihr euer Team aus einer isometrischen Perspektive und löst dort Aufgaben, bekämpft Gegner mit dem Phaser und so weiter. Ähnlich wie bei den Shoot-in-Up-Sequenzen ist die solide gestaltet, aber hier könnt ihr euch auch schon denken, andere Spiele machen das besser. Der Charme nach Vordager kommt aber im Allgemeinen sehr gut überall rüber. Zwischen den Missionen gibt es stimmungsvolle Einblendungen und so weiter. Auf der technischen Seite merkt man im Spiel auf jeden Fall das recht frühe Erscheinungsdatum an. Eine große Grafikpracht dürft ihr hier echt nicht erwarten, aber es ist alles okay umgesetzt worden. Beim Sound sieht es genauso aus. Was taugt Star Trek für den Game Boy also heute noch? Das Spiel hat mich jetzt auf jeden Fall positiv überrascht. Ich dachte zuerst, es ist eine lieblose Lizenzgurke, aber das ist sie nicht. Klar hätte das Spiel davon profitiert, wenn man sich auf ein Gameplay entschieden hätte und es entsprechend optimiert hätte. Aber das gebotene passt. Star Trek Fans können hier auf jeden Fall mal reinspielen und wenn ihr das Modul für einen kleinen Preis kriegt, könnt ihr hier echt nichts falsch machen. Das war der Test zu Star Trek für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastische Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.